Ich bin der Luis Fuchs, ich bin Polymechoniker im dritten Lehrjahr. Heute möchte ich auch einen kleinen Einblick in meinen Prüfsholtag gewähren. Das Schöne an meinem Prüf ist, dass man sehr viel Abwechslung hat und jeden Tag neue Sachen sieht und neue Sachen lehrt. Ich habe meine Ausbildung hier bei Bosch angefangen, weil man hier eine gute Lehre macht. Später stehen einem alle Tierinnen offen und man hat auch sehr viele Möglichkeiten sich weiterzubilden. Wenn man die Lehre als Polymechaniker anfängt, sollten wir in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften gute Leistungen anbringen und das auch gerne machen, weil das einem im späteren Arbeitsalltag immer wieder begegnet wird. Mein Tipp ist, dass ihr sehr viele verschiedene Sachen geht anschauen. Lieber ein Mal zu viel schnuppern oder ein Mal zu wenig. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr euch zu uns einmal vorbeischauen könnt. Ich habe jetzt einen kleinen Einblick in den Prüfsholtag gehabt. Wir würden uns sehr über den Bewerbungsgefühl freuen. Willst du euch auch mal ein Mal zu sehen? Willst du euch bei einem neuen Index auf? Willst du euch! Bis zum nächsten Mal, dass du dich ja nicht so schnell starten. Bis zum nächsten Mal, glaube ich. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.